Und jetzt geht es weiter, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt nach der Eröffnungsfanfare gehofft haben, es käme Star Wars, dann muss ich Sie enttäuschen. Es kommt nämlich was viel Besseres. Am Anfang unseres Abends hatte ich Ihnen versprochen, dass wir auch international werden. Und jetzt ist es Zeit, dieses Versprechen einzulösen. Genau wie im ersten Teil starten wir auch im zweiten mit einer Tanzformation. Und zwar mit einer ganz besonderen. Die Tänzerinnen, die Sie gleich erleben werden, kommen alle aus Indien. Die Bengalis und Baratis in Hessen-Rhein-Main-Arier-Gruppe unter der Leitung von Piali Baumig wird uns gleich eine wunderbare Einführung in die indische Welt des Tanzes geben. Und zwar auf eine ganz besondere Weise. Wir werden hier verschiedene traditionelle Tanzformen finden, wie den Traditionstanz Katak, einen südindischen Volkstanz wird es ebenso geben, wie einen Tanz aus der Region Bengalen. All diese Tänze werden am Schluss noch einmal zusammengefasst. Und musikalisch erleben wir gleichzeitig ein Crossover, denn die Klänge, die Sie dazu hören, sind nicht unbedingt traditionelle indische Musik. Die Klänge wird es auch geben, aber Sie werden auch Melodien aus Pirates of the Caribbean oder Game of Thrones erkennen. Freuen Sie sich also auf eine ganz besondere Darbietung. Ladies, the stage is yours. Lassen Sie mich den Job. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Dieser Zauber, den wir hier auf die Bühne gebracht haben, der begeistert doch, oder? Jawohl, genau. Und wenn Jakob vorhin mein Mikrofon freigeschaltet hätte, dann hätte ich auch noch was sagen können, jetzt hole ich das nach. Ich wollte nämlich darauf hinweisen, dass diese wunderbare Tanzgruppe, dass diese wunderbare Tanzgruppe, deren Kostüme ja auch wirklich traumhaft sind, hier jetzt gerade zum Festival passt, zu dem Abend, einfach wunderbar, dass Piali, die Leiterin dieser Tanzgruppe, heute Geburtstag hat und trotzdem hier bei uns war. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und alles Gute. So nach dieser atmosphärischen Tanzdarbietung geht es stimmungsvoll bei uns weiter. So nach dieser atmosphärischen Tanzdarbietung geht es stimmungsvoll bei uns weiter. So nach dieser atmosphärischen Tanzdarbietung geht es stimmungsvoll bei uns weiter.